Ja, herzlich willkommen liebe Freunde, ganz kurzes Video heute nur. Ich werde jetzt morgen mal meinen ersten Stream starten, also Mittwoch, 21. Oktober, so gegen 19.30 Uhr eben auf Twitch. Ich habe jetzt noch gar keinen Zeitplan festgelegt auf Twitch selber, weil ich es für den ersten Stream noch relativ unnötig finde. Ich möchte mir einfach mal die Exilinsel anschauen mit einer Klasse, welche weiß ich noch nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen dabei seid, also schaltet gerne ein, morgen, also Mittwoch, 21. Oktober, 19.30 Uhr. Ich freue mich auf euch, macht's gut, bis morgen, euer Tötekilles.